Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bindung von Anfang an. Ich habe heute ein sehr rührendes und für viele sehr trauriges Thema und für uns jetzt auch gerade aktuelles Thema mitgebracht und zwar Sternenkinder. Ja, was macht das mit uns, wenn wir in diese tiefe Verbindung gegangen sind und plötzlich kommt alles anders als gedacht. Ja, und genau, wenn euch das interessiert, dann hört weiter rein. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass Sven und ich unsere Familie letztes Jahr im Oktober erweitert haben. Wir haben ja noch einmal ein Baby aufgenommen, ein sehr kleines, zartes Wesen und dieser kleine Mensch ist eben Anfang Dezember von uns gegangen. Und wir sind nun auch Sternenkindereltern auf die eine oder andere Weise. Es ist sehr schwierig natürlich auch noch mal zu formulieren, wenn das nicht das eigene Kind ist, aber wir hatten ja trotzdem so eine intensive Zeit mit unseren dann vier Kindern und eben auch mit diesem kleinsten Kind bei uns, dass wir uns einfach genauso fühlen, dass wir eben seine Eltern auch waren, eben für diese gewisse Zeitspanne, wo er bei uns war und ihn dann auch verloren haben. Und das macht ja ganz viel mit einem. Also ein Sternenkind ist eben ein Kind, was zum Beispiel schon in der Schwangerschaft geht, kann eine Fehlgeburt sein oder das Kind stirbt im Mutterleib. Das kann auch spät in der Schwangerschaft sein und die Mutter hat eine sogenannte stille Geburt, wo sie das tote Kind auf die Welt bringt. Es kann kurz nach der Geburt sein oder es passiert eben, wie jetzt bei uns in dem Fall, durch den plötzlichen Kindstod. Der ist sehr selten, aber ab und zu kann das eben passieren. In unserem Fall gab es eben auch bestimmte Bedingungen, Vorgeschichte und so weiter. Aber der plötzliche Kindstod kann auch unter normalen Umständen eintreten, aber wie gesagt sehr, sehr selten und in der Regel ist man nicht selber betroffen. So ist jedenfalls immer das Gefühl, man ist selber nicht betroffen und auf einmal passiert doch etwas. Aber wie gesagt, in unserem Fall war es auch nochmal alles sehr viel spezieller. Ja, man durchlebt dann natürlich als Eltern verschiedene Phasen der Trauer, verschiedene Phasen der Verarbeitung, je nachdem auch, was man für ein Typ ist. Aber ja, die erste Phase ist natürlich erstmal der Schock, den Schock zu überwinden. Was macht der Schock mit einem? Der lähmt einen, also in meinem Fall. Ich habe direkt irgendwie mit Grippe, Magen, Darm, alles hat reagiert. Der ganze Körper erstmal total Crash sozusagen. Erstmal runtergefahren. Und zu nichts in der Lage gewesen. Und dann erst wieder Stück für Stück aufgebaut. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir ein sehr tragendes Umfeld hatten. Auch bedingt natürlich dadurch, dass es nicht unser eigenes Kind war. Dass eben noch ganz viele andere Menschen involviert waren. Ganz viele Menschen sich um uns gekümmert haben. Und unser Träger, der sehr involviert war, der sehr bemüht war, uns diese Zeit so gut wie möglich zu gestalten. Aber auch unsere Familie, Freunde. Also wir hatten ein sehr tragendes Umfeld. Und das war, denke ich, ausschlaggebend dafür, wie wir diese Zeit empfunden haben. Wir haben uns sehr gestützt gefühlt. Wir haben uns gegenseitig sehr gestützt. Und wie ihr auch mitbekommen habt, wir haben auch radikal Pause eingelegt. Also mir war natürlich dann nicht mehr danach, eine Podcast-Folge aufzunehmen oder auf Facebook zu sein oder ein YouTube-Video zu drehen. Da musst du jetzt erst mal Stille einkehren. Stille, um alles zu sortieren, um alles sich liegen zu lassen, um zu schauen, wo geht der Fokus hin, wo geht der Weg hin. Und was dieses Erlebnis mit uns gemacht hat, ist eigentlich so erstaunlich, so wahnsinnig. Wir können es selber kaum fassen, weil sich so viel Positives jetzt dadurch für uns irgendwie ergeben hat. Und ja, man wird mit dieser Endlichkeit konfrontiert, dass so ein Leben, wir haben nur dieses eine und man weiß nie, wann es zu Ende ist, wann die Lebenskette endet. Bei einem ist es früher, beim anderen später. Und dann auch diese Dankbarkeit, unglaublich. Wir haben unglaubliche Dankbarkeit gespürt für unsere wundervollen Kinder, die wir haben, für unser wundervolles Leben, das wir führen dürfen. Und für diese wundervolle Zeit, die wir mit diesem kleinen Menschen haben durften, auch wenn sie nur so kurz war. Und wir haben einfach gespürt, dass das alles richtig so war. Es war richtig, dass wir entschieden hatten, dass er bei uns sein konnte. Es war richtig, dass wir ihn so stark begleitet haben, schon im Krankenhaus. Es war richtig, dass wir ihm hier unsere 24-Stunden-Kuschel-Liebe-Wochenbett-Situation geboten haben. Und wir hoffen eben, dass es eben für ihn auch dann sein Weg war, dass er das vielleicht mitentschieden hat, zu sagen, wie er jetzt weitergeht. Das geht so ein bisschen in diese spirituelle Richtung. Aber wenn man schwanger ist und da so ein, ja, ich sag mal, Gespür für hat, dann merkt man ja schon, dass die Kinder einfach noch sehr nah an dieser anderen Welt, oder ob man sie jetzt Seelenwelt nennt oder einen anderen Begriff dafür hat, noch sehr nah daran sind, noch sehr darin verhaftet sind. Und dass die auch nach der Geburt erst mal eine Weile brauchen, um in diese, ja, ich sag mal, schwere Materie, um sich da so richtig einzunisten, könnte man sagen. Und weil sie ja eben noch so flexibel sind, fällt es ihnen natürlich auch leichter, auch ganz leicht wieder zu gehen, zu sagen, nein, das ist nicht mein Weg, ich muss nicht noch mehr Erfahrungen machen, das reicht mir an körperliche Erfahrung, weil ich habe vielleicht noch eine ganz andere Aufgabe zu erledigen. Das ist für uns ein sehr tröstender Gedanke. So hat ja oft jeder eine Art von Religion oder Spiritualität, die einen durchs Leben trägt und eben in solchen Krisen oder solchen schweren Situationen, ja, versucht, versucht man ja irgendwie zu verstehen, warum. Und so kann man für sich jedenfalls eine Antwort finden, die kann für jemand anderes wieder ganz anders sein. Und das waren Dinge, die uns sehr geholfen haben. Und mit diesem Gedanken konnten wir auch so eine Art Akzeptanz einfach dafür entwickeln, dass eben, ja, das Leben so ist, wie das Leben dann ist, den Jetztzustand anzunehmen, zu akzeptieren, weil wir natürlich uns auch, ja, Zukunftspläne geschmiedet haben, wenn man schwanger ist und man weiß, man erwartet dieses Kind oder das Kind ist dann da. Man stellt sich ja vor, mindestens mal die nächsten 18 Jahre, wie es bei einem aufwächst, wie man es unterstützt. Und alles Mögliche stellt man sich vor. Man wünscht sich so viel Gutes für dieses Kind, für das Leben, so viel Glück, so viel Liebe. Und dann auf einmal, eben beim plötzlichen Kindstod, das ist ja wirklich auch absolut nicht vorhersehbar, auf einmal ist es dann weg oder auch, wenn die Schwangerschaft auf einmal einen Abbruch erlebt oder der Arzt sagt, dass das Kind im Bauch verstorben ist. Das sind einfach absolute Schockmomente, weil man als Mutter, als Eltern nicht darauf vorbereitet werden konnte, nicht darauf vorbereitet ist. Man hofft natürlich immer das Beste und dass alles gut wird. Und auf einmal sieht man sich in einer Situation wieder. Also ich habe das so beschrieben, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einer kitschigen Grace Anatomy-Folge. Wer das kennt, kann sich das ungefähr vorstellen. Das ist eine amerikanische Arztserie, wo natürlich eine Krise und ein Drama das nächste jagt. Also GZSZ für Ärzte und natürlich mit Megakatastrophen eigentlich an jedem Tag. Und man immer denkt, ach jo, also das ist aber echt übertrieben und so. Ach, das kann ja gar nicht sein, dass sowas so passiert. Und im Nachhinein dachte ich, wow, das genau so hat sich dieser Moment und diese Stunden für mich angefühlt. Und wirklich wie aus so einer Serie herausgeschnitten, lauter Zusammenfügungen, wo man sich denkt, das hätte man selber nicht erfinden können. Und natürlich glaubt man das einfach, man kann es einfach nicht glauben, dass einem so etwas passiert ist, einem selbst. Eigentlich ist der Gedanke immer, das kann jetzt nicht wahr sein, dass es nicht passiert, dass es nicht mir passiert, dass es nicht uns passiert. Man hat dann noch so viel vorgehabt, so viele Pläne, so viele Träume geträumt. Und jetzt auf einmal soll das alles vorbei sein. Ja, und das braucht natürlich Zeit, ganz viel Zeit. Und für mich ist es jetzt auch wieder der Einstieg in den Podcast. Ich habe ein wundervolles Interview auch schon geführt für den Podcast und gemerkt, ja, es ist jetzt auch für mich wieder gut, einzusteigen. Auch wieder gut, meinen Herzensthemen auch weiter zu folgen. Und ja, klar, die Trauer kommt immer wieder mal hoch und ist präsent. Wir haben ja auch viel Trauerarbeit hier zu Hause für uns gemacht, weil, wie gesagt, dadurch, dass es nicht das eigene Kind ist, man hat dann ja auch keine Handhabe weiter darüber, wo wird das Kind beerdigt. Und auch bei der Beerdigung konnten wir natürlich dann nicht dabei sein. Das sind dann lauter solche Umstände, die noch dazukommen, die uns das nicht unbedingt einfach gemacht haben. Auch für unsere Kinder mussten wir natürlich einen Weg finden, wie erklären wir das, wie begleiten wir die. Und es ist erstaunlich, das wollte ich eben jetzt auch gerne hier einbringen, weil wir drei Kinder haben und man sich ja die Frage stellt, wie gehen denn Kinder mit so etwas um? Und wir waren auch erst unsicher. Wir haben dann am nächsten Morgen, sind sie alle zu uns ins Bett und die hatten gar nicht gemerkt, dass da jemand fehlt. Die dachten, der Kleine liegt bei mir. Und dann haben wir eben gesagt, was passiert war. Und ja, so waren sie ganz überrascht. Aber Kinder gehen da so auf eine ganz natürliche Art mit um und die kommen dann einfach immer wieder mit zu fragen. Und das sind dann, die sind ja jetzt vier und fünf, unsere Großen. Und dann, das sind so Fragen wie, warum wollte das Baby nicht mehr atmen? Oder manchmal ist es dann aber auch, dann kam noch am Anfang so, naja, wenn wir dann wieder alle zusammen sind und dieses und jenes machen und dann direkt im nächsten Satz die Aussage. Aber das wird ja dann begraben, so wie die Katze von der Oma. Also so sind Kinder einfach noch total flexibel und haben natürlich auch kein Verständnis von, was ist Unendlichkeit, was ist Endlichkeit, was bedeutet Tod und Sterben. Wir haben es zwar schon bei diversen Tieren mitbekommen und dann auch immer wieder erklärt bekommen, von unserer Seite, was das bedeutet. Aber es ist natürlich auch als Erwachsener ja oft schwer zu erfassen, was Tod eigentlich ist. Und wir haben dann einfach geschaut, wie, was bringen unsere Kinder mit. Wir haben gewartet, immer wenn sie Fragen hatten, immer wenn sie Redebedarf hatten, waren wir natürlich sofort mit einem offenen Ort da und haben uns Zeit genommen. Und dann haben wir eben auch Angebote gemacht, wir haben einen kleinen Platz hergerichtet, wir haben zusammen eine Kerze gestaltet, die machen wir einfach dann zwischendurch mal an und wir haben ein Foto und dann reden wir darüber. Oder die kommen dann auch und sagen, ach, wir möchten gerne ein Gebet sprechen und dann schicken wir alle ein paar gute Wünsche mit auf den Weg, wo auch immer die Seele von dem kleinen Schatz jetzt ist und denken gemeinsam an die Zeit. Und das ist dann völlig in Ordnung und dann gehen die wieder spielen und lachen und freuen sich und alles ist gut. Unserer Kleinen haben wir das nochmal anders vermittelt, die ist ja erst anderthalb und die liebt es anderen Menschen Tschüss zu sagen. Und das war eigentlich die einzige Idee, die wir hatten. Wir haben ihr dann einfach immer wieder den Namen gesagt und haben immer gesagt, Baby Tschüss, Tschüss ist jetzt weg, kommt nicht wieder, ist gegangen. Und sie ist dann manchmal sogar in den Flur gelaufen, hat geschaut und hat Tschüss gesagt. Oder am Anfang war auch noch die Babyschale bei ihr noch neben im Auto, wo sie dann immer hingezeigt hat und gefragt hat, so nach dem Motto, wo ist denn das Baby? Und wir haben dann immer wieder Tschüss gesagt und hat sie gewunken und so haben wir ihr versucht, das zu vermitteln, was natürlich nicht einfach ist. Aber wir sind auch in Supervision gegangen zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin, mit der wir alles besprochen haben und jetzt auch nochmal einfach gesagt hat, es wird immer wieder, wenn die Kinder einen Entwicklungsschub machen und dann ist auch die Entwicklung weiter fortgeschritten und das Verständnis auch weiter fortgeschritten. Und dann wird dieses Thema immer wieder hochkommen und immer wieder wird es eine neue Frage ergeben, weil sie einfach mehr verstehen. Und da muss man natürlich einfach immer wieder alltagsgerecht darauf reagieren und Antworten finden. Und so sind wir jetzt sehr gut verfahren bislang und bei uns ist wieder sehr viel Alltag und Routine eingekehrt. Und ja, und dank dieser Rituale, die wir eben dann auch regelmäßig zusammen machen können oder jeder für sich, es ist eben auch so, dass so ein Stück weit Kontakt einfach bleibt. Also ja, man trägt das einfach in seinem Herzen. Aber am Anfang ist es schon sehr schwierig, vor allem wenn man so in Alltagssituationen gerät. Also ich fand das zum Beispiel ganz schrecklich, dann einfach über belanglose Dinge mit anderen Menschen zu sprechen. Das hat mich, ja, weil alles erscheint einem so unwichtig, weil man denkt, das ist so Wahnsinn, was da gerade passiert ist und ich kann jetzt nicht über, ich kann nicht über irgendwas Belangloses reden, weil alles ist so unwichtig. Wir reden oft über so unwichtige Dinge und wir haben alle so viele vermeintliche Probleme, die auch sein dürfen und die natürlich auch jetzt wieder, verstärkt sie hier, so Alltagsdinger. Aber in dem Moment, gerade so kurze Zeit danach, als das passiert war, erscheint das alles so unwichtig, weil man einfach denkt, das einzig Wichtige ist irgendwie, dass man seinem Herzen folgt, dass man sein Leben so lebt, wie man es sich einfach erträumt, dass man in keinem Hamsterrad steckt, dass man die Liebe seines Lebens an seiner Seite hat, dass man seine gesunden, wunderschönen Kinder sich an denen erfreuen kann. Also, ja, und alles andere ist so, yo, man kann es auch lassen, darüber zu reden. So war mein Gefühl eine ganze Zeit lang. Und ja, ich möchte auf was aufmerksam machen, was ich eine total wunderschöne Idee finde oder Kampagne finde. Das sind die www.deinsternenkind.eu, das sind, wie sagt man, also es sind kostenlos arbeitende Fotografen, die machen das ehrenamtlich, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ehrenamtlich arbeitende Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben, Sternenkinder zu fotografieren. Und man kann dazu jeder Tages- und Nachtzeit das Formular ausfüllen und man bekommt einen Fotografen aus der Nähe dann geschickt und es ist alles kostenlos. Also die kommen, die kennen sich aus, die wissen, was sie zu tun haben, damit man wunderschöne Erinnerungen hat und die schicken einem dann eben auch die Bilder kostenlos. Es ist einfach eine wunderschöne Art, diesen Eltern noch so ein bleibendes Stück Erinnerungen mitzugeben. Wurden auch ausgezeichnet vom Deutschen Engagementpreis. Ich werde auch die Seite hier drunter stellen. Wen das interessiert, der kann da stöbern. Aber ja, also viele Eltern, die sowas erlebt haben und es gibt gar nicht so wenige. Also wenn du auch dazu gehörst, du bist wirklich nicht alleine. Selbst hier bei uns auf dem Dorf gibt es eine Trauergruppe für Sternenkind-Eltern und die könnte noch eine zweite aufmachen. Und in den Städten sowieso. Also sucht euch da Hilfe. Wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir so viele Ansprechpartner hatten, so viele unterstützungs-, so viele helfende Personen und wir darüber auch reden konnten und mit verschiedenen Leuten auch geredet haben und wir so viel Zuspruch bekommen haben, so viel Zuspruch und auch wieder so viel Liebe und so viel Positives. Das hat uns einfach sehr gut getan und sehr getragen. Und ich glaube auch, dass eben solche Gruppen, die geleitet sind, wo man nochmal mit anderen Eltern zusammen ist, denen sowas passiert ist, dass man sich da auch sehr zusammen unterstützen kann. Und das ist ja so ein Phänomen, was hier bei uns in Deutschland einfach fehlt, auch wenn die Kinder da sind, dieses, dass man sich gemeinsam unterstützt. Und dann sollte man sich das doch in so einer Trauerphase auf jeden Fall gönnen und nehmen. Also auch die Fotografen sich einfach das auch gönnen. Auch wenn einem nicht danach ist, ich kann das total gut verstehen, dass man nach so einer Situation nicht direkt denkt, jetzt möchte ich unbedingt, dass ein Fotograf kommt und mich hier mit dem Kind fotografiert. Aber ihr werdet später froh drum sein, weil ihr dann wunderschöne Erinnerungsstücke habt. Ihr müsst sie ja nicht sofort aufhängen und anschauen, je nachdem. Es ist ja total unterschiedlich, wie wir mit sowas umgehen. Ja, deswegen diese Folge, diese für mich auch wieder Einstiegsfolge über ein sehr trauriges Thema der Sternenkinder. Aber für mich ist es auch, wie gesagt, ist auch so ein bisschen Hoffnung ist einfach dabei, weil ich einfach denke, dass jede Seele ihren eigenen Weg hat. Und ja, nicht jede Seele möchte so ein ganzes Leben hier auf der Erde verbringen, weil es sind eben diese verschiedenen Welten. Und mal hat man vielleicht in der einen Welt mehr zu tun als an der anderen oder man muss Erfahrungen sammeln. Und so entscheidet hoffentlich jede Seele für sich selber, wie lange sie bleibt und wann sie wieder geht. Und das ist so mein Stern, meine Religion, meine Philosophie, das, was ich im Herzen fühle einfach. Und so könnt ihr ja auch in eurem Herzen spüren, was kommt euch da an. Antworten gerade auf diese Frage, warum und wieso. Und ja, deshalb sehe ich es eben auch als eine Geburt. Also der Tod ist ja auch wieder eine Geburt in die andere Welt. Es sind diese zwei großen Übergänge in unserem Leben. Einmal die Geburt, wo wir uns verkörpern, wo die Seele in den Körper kommt und dann hier auf die Erde mit auf einmal Schwerkraft selber atmen und alles ist so sehr materiell. Und dann kommt irgendwann der Tod, das ist die Geburt wieder in die andere Welt, wo wir den Körper einfach loslassen und wo wir einfach nur noch geistig und seelisch vorhanden sind. Und deswegen, beides sind sehr für uns unbekannte Reisen in dem Moment. Ja, es ist sehr aufregend und es braucht für beides auch dieselbe Art der Begleitung. Also wenn ich einen Geburtsprozess begleite als Hebamme, als Doula, da muss ich Geborgenheit, Sicherheit, Angstfreiheit, muss ich der Frau ermöglichen. Und genauso ist es eben auch wieder, wenn wir gehen, sterbende Menschen begleiten, ist genau das Geborgenheit, Sicherheit, Angstfreiheit. Wenn man da sitzt, den Menschen festhält mit totaler Panik und immer wieder sagt, er soll nicht gehen, er soll nicht gehen, dann kann der Mensch auch ganz schlecht loslassen. Und wenn der Mensch merkt, er ist einfach getragen und geborgen und in Liebe gehüllt und alles ist in Ordnung, egal wofür er sich entscheidet, dann kann er eben loslassen. Es ist auch ein Loslassensprozess. Genau wie bei der Geburt. Und von daher diese zwei Themen, die sind so unmittelbar zusammenvereint, gehören einfach zusammen, dass ich das jetzt einfach genutzt habe, das auch in den Podcast zu bringen, weil ich es ein total spannendes Thema finde und es sollte auch nicht tabuisiert werden. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben, ihr könnt auch von euren Erfahrungen schreiben, ihr könnt mich auch persönlich anschreiben, wenn es für euch zu persönlich ist, um das hier mit allen zu teilen. Also ich gehe gerne in den Austausch mit euch. Das macht mir ganz viel Freude und ich bin unglaublich gerne für euch da und ich bin einfach super dankbar. Aber ich habe wieder was Neues erfahren müssen, dürfen, können und es wird sich in meinem Leben widerspiegeln, privat, beruflich. Und so ist das Leben eben. Manchmal kommt es sehr anders, als man sich das gewünscht und vorgestellt hat. Und da muss man gut schauen, was man damit macht und wie man damit umgeht. Ich wünsche euch allen ganz viel Kraft, ganz viel Mut. Da hinzusehen, das anzugehen, zu verarbeiten, euch Hilfe zu holen, euch Unterstützung zu suchen, ein Umfeld zu generieren, das euch gut tut. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Und sage nur, hey, danke. Und bis ganz bald. Tschüss.